Parashvaka-Kasana in Shishasana ist die Seitkrähe mit Kopf auf dem Boden, auch genannt. Shishapashvaka-Kasana, eben die auf dem Kopf stehende seitliche Krähe. Hände sind auf dem Boden, Kopf ist auf dem Boden und beide Knie sind neben einem Oberarm, zum Beispiel dem linken Oberarm, wobei ein Knie dabei abgestürzt ist auf Ellbogen oder Oberarm. Diese Stellung entwickelt zum einen Gleichgewicht, aber auch die Fähigkeit des Kopfes etwas Gewicht zu tragen, stärkt auch die Kraft der Arme und ist eine schöne Drehübung und damit gut für die Flexibilität der Wirbelsäule und eine Massage für die Bauchorgane.